guten morgen aus marotta und damit auch herzlich willkommen zum zweiten griechenland video bei ziemlich furchtbarem wetter will ich mal sagen jetzt kurz vor neun heute ist der dritte oktober ich blende auch jedes mal jetzt die daten unten ein damit ihr wisst wann wir hier so unterwegs waren weil die videos kommen doch mit einigem zeitverzug herzlich willkommen und heute starten wir in richtung ancona hafen und dann später über die adria rüber aber erstmal noch ein bisschen natur ja ich nehme an auch dieses jahr hat sonja glück und es wird eine sehr ruhige überfahrt also die adria ist ziemlich flach kaum wind ja wir standen nicht alleine heute nacht aber den spot hatten wir im letzten jahr schon ja die bahn dahinten die geht einmal die stunde nachts läuft die die bahn durch so jetzt kann ich jetzt mal frühstück und dann schauen wir mal lieber den tag heute so gestalten wahrscheinlich warten irgendwo im hafen der obere sensor hat 7,2 grad das ist unsere box im heck das heißt heute nach fünf tagen werden wir mal die kühl akkus tauschen aber da will ich nicht meckern wir haben heute sonntag morgen ich habe die kühlbox befüllt am dienstag abend und seit dienstag abend hält das konstante die temperatur also da will ich nicht maulen heute tauschen wir dann mal die akkus aus da kommen sie so sehen die aus aber wie gesagt wir machen noch ein extra video dazu die kommen jetzt ins gefrierfach und die jetzt hier rein und jetzt sollte das wieder gut vier tage halten ein bisschen werbung rein damit da 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir haben den Hafen erreicht, jetzt gibt es einiges zusammen zu packen. Also, wir brauchen die Tickets, Passenger Locator Form, wir brauchen die Zulassungsbescheinigung, wir brauchen die Personalausweise, wir brauchen die digitalen Impfnachweise und am besten geht man zu zweit darüber. Das ist eindeutig besser. Und, ah ja, mein Handy, mein Handy, hatte ich nicht gesagt, digitale Impfnachweise mitnehmen. So sieht das hier aus in Ancona. Und da hier jede Menge Leute sind, machen wir jetzt mal die Kamera aus. Uiuiuiui, hier war die Hölle los. Gefühlt 100 Lkw-Fahrer. Moment, hier wird es doch jetzt Licht besser. So, also gefühlt 100 Lkw-Fahrer, aber wir haben alles. Das hat auch super schnell funktioniert heute. Ja, wir wissen ja jetzt wie es geht, wir haben ja jetzt alles dabei. Ja, und jetzt müssen wir an Kai Pier 16, ne? Jawoll. Dann Jufta. Ja, die Lkw-Fahrer standen letztes Jahr alle hier draußen in einer riesigen Schlange. Und dieses Jahr standen sie dann alle drin und waren alle am Schnattern. Das klang eher wie ein Hühnerhaufen. Ja, ja, das war irre. So, weiter geht's. Ja, du hast beide Schlüssel, aber ich habe keine Handtasche. Ja, ziemlich abenteuerliche Verkehrsführung hier in Ancona. Also, und vor allen Dingen die Straßen sind echt. Puh. Aber gut. So, jetzt kommen wir in den Zollbereich. Mal gucken, ob es uns jetzt noch filzen. Leider ohne Kamera. Pole Position erreicht. Aber ob uns das näher an die Galerie bringt nachher auf der Fähre. Das weiß keiner. Das ist immer Glückssache. Wir schauen mal. So, wir haben jetzt halb zwölf. Wir müssen jetzt noch ein Video aufzeichnen, was zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt hier läuft, schon draußen ist. Aber das müssen wir jetzt noch machen. Und dann, ja, schauen wir mal. Wir müssen auch lieber den Rest der Gitarre noch verbringen. Ja. Ja. Irgendwie gleichen sich die Bilder, ne? Ja. Nur stehen wir dieses Jahr mal da drüben in der Pole Position, wie Dirk es vorhin so schön nannte. Ja, und hier hinter mir wird später die Fähre anlegen. Ja, so sieht es aus hier unten, ne? Wetter könnte ein Ticken besser sein. Quatsch. Traumhaft. Da stehen die wunderbaren Kühl-LKWs. Und da die Camper. Ja, dieses Jahr auch eine Premiere. Die hat es auch noch nicht gegeben bei Avanti und Tour, dass ich mit einem ungeputzten Wohnmobil in Urlaub fahre. Du musst uns das nicht verraten. Die Leute haben auf der Autobahn geglaubt, der ist nicht. Ich bin ja ehrlich, der sieht aus wie Sau. Aber, naja, zumindest die Scheiben habe ich heute Morgen mal geputzt. Aber auch nur wegen der Kamera. Ja, hat ein bisschen was von einem asphaltierten Campingplatz. Stühle draußen, Sonnenschirm. Aber man ist hier vorbereitet. Was auch bei über 30 Grad zwingend erforderlich ist. Ja, bitte? Kein Kaffee? Ist mir zu warm. Über 30 Grad. Was haben wir aktuell? 32,9. Aber Waffeln gehen immer. Die sind ja auch temperaturunabhängig. Ja. Aber wollen wir nicht meckern. Gestern Morgen hatten wir noch 6 Grad am Gotthard. Ja, das ist nicht unser Schiff. Wollen wir noch ein bisschen warten. So langsam füllt sich hier auch der Parkplatz. Aber ich meine, letztes Jahr wäre mehr gewesen. Das ist nur so ein Gefühl. Ich müsste es auch auf den Aufnahmen nachsehen. Aber ich meine, letztes Jahr wäre mehr. Ich muss jetzt einmal komplett in 180 Grad quasi drehen, so wie sie reingekommen ist. Damit sie mit dem Pack hier vorne am Anleger landen wären. Tja, da stehen wir im Hafen und warten. Das ist immer eine gute Gelegenheit, nochmal mit dem Lappen hier überall drüber zu gehen. Was man so tut. Es dauert ewig. Aber egal. Ich bin noch nie mit so einem schmutzigen Auto in Urlaub gefahren. Eieieieiei. Eieieiei. Der Hafen steht jetzt voll mit Menschen, die das Entladen der Fähre jetzt beobachten. Also es ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Boarding bei Anec Ferries sehen darf. Und so sehr ich mich auch anstrenge. Ich kann kein System erkennen. Man müsste mit der Drohne mal eine Timelapse filmen. Das wäre wirklich meine Idee. Die Fahrzeuge sind kaum vorsortiert hier auf dem Parkplatz. Dann mal wieder LKWs. Dann kommen wieder PKWs. Dann werden wieder irgendwo PKWs gesucht. Ja, wir brauchen noch PKWs. Und hier vor uns stapeln sich jetzt mittlerweile Pickups und Fahrzeuge mit Anhänger, die man rausgezogen hat, damit die PKWs weiter können. Also wenn es einen Plan gibt... Erschließt er sich dir noch nicht? Ne, hab ich ihn nicht begriffen. Wir sehen. Ich freuele dich jetzt mich mit dem zwei Dritt Groß Na ja, ganz hat es für einen Galerieplatz nicht gereicht, aber da hinten ist das Meer. Also wir können von hier vorne das Meer sehen. Auch nicht schlecht, aber nach vorne ist echt kein Platz mehr. Ja, wie sieht es aus? So ganz hat es nicht gereicht, aber besser als nichts. Tja, hier darf sich keiner bewegen heute Nacht. So, ich nehme euch mal mit hoch auf Deck. Sonja mag nicht so richtig, hat schon eine Tablette genommen und da wollen wir mal gucken. So, ich nehme euch mal mit hoch auf Deck. So, ich nehme euch mal mit hoch auf Deck. So, ich nehme euch mal mit hoch. Jo, die da unten müssen irgendwie alle noch rein, ansonsten die Grimaldi Lines liegt auch hier. Einfach traumhaft. Wir gehen auf die andere Seite, den Rest zeige ich euch gleich von unten, wenn die Kiste ausläuft. Wir haben ja Logenplatz zum Glück dieses Jahr. Gestern Morgen noch 6 Grad und jetzt über 30. Alles gut. Damit man nachher bei der stürmischen Überfahrt auch gut was zu kotzen hat, gibt es jetzt noch einen kleinen Imbiss, den ich aber wahrscheinlich alleine einnehmen muss, weil die Maus ja leidet. Also noch nicht, aber fast. Es gibt noch restliche Frikadellen, bisschen Nudelsalat, Oliven, Tomaten, Dudel. Das sieht zwar lustig aus, weil ich gerade duschen war, aber... Ziemlich, also wir fahren zwar Richtung Orient, aber mit Kopftuch. Gut, Mahlzeit! Wirtschaftsk Wir sind 50, in großen Vi bremsen Jetzt ist es höher, wenn wir gesund haben, Der Hökl? Wir sudze resil Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lieben Abonnenten unseres Kanals, die wir hier auf der Fähre getroffen haben. Claudia und der Silvio. Da hinten steht zumindest mal ihr Eurer, aber die dürften noch oben auf Deck sein. Aber da dürfen wir gleich noch hin. Die Maus sitzt da drin, die ist am Lesen, im Dunkeln. Kann man sie sehen? Toll, ne? Hallo. He he. Hallihallo, Vorsicht Kamera. Hey. Guck mal. So, da haben wir die Claudia und den Silvio. Grüß Berlin. Hallo. So, da hinten ist ein Rieser-Veufplatz. Hallo. Hallo. So, wir bleiben hier noch ein bisschen stehen und machen jetzt mal hier an der Stelle zumindest für euch Schluss. Morgen früh geht's weiter. Aber Mausi dringt sich gerade Mut an für die Überfahrt. Wieso? Ich bin doch schon auf dem Wasser. Ja. Du schaffst das. Den Mut hätte ich mir vorher antreten müssen. Ja, wir sagen danke für den schönen Abend hier. Ja, und euch natürlich einen schönen Urlaub. Ja. So, gute Nacht, bis morgen früh. Ja, traumhaftes Wetterchen heute Morgen hier an Deck. Wir haben jetzt halb acht und, oh, die Kamera wackelt ganz schön. Ja, wollen wir die Gelegenheit heute Morgen mal noch ganz kurz nutzen, um über das Thema über Klamotten noch mal zu reden. Wer die Wallis-Tour-Videos gesehen hat, der weiß, da hatten wir damals schon eine Kooperation mit Revolution Race. Und die zweite, die ich damals angekündigt hatte, kommt jetzt hier im Oktober. Da habt ihr fünf Tage mit einem Rabattcode AVANTI15. Ich schreibe den Link auch unten mal in die Infobox. Und da bekommt ihr 15% Rabatt auf die Kleidung von Revolution Race. Das Angebot gilt leider nur für unsere Abonnenten in Deutschland und in Österreich. Die Schweiz bleibt leider außen vor. Und ja, wie ihr seht, heute Morgen habe ich auch die Klamotten mal wieder an. Ja, heute dabei auch wieder der orangene Biwark-Pulli. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon habe. Der ist locker zwei Jahre alt. Und so oft ich den gewaschen habe, da ist kein Vergangen dran. Ja, dazu habe ich die Nordwand-Hose. Die habe ich in verschiedenen Varianten. Aber die hier ist eine Zip-Off-Hose. Hier vorne wieder mit dem Stretch einsetzen. Aber die Reißverschlüsse haben sie markiert. Einmal in blau für die rechte Seite und einmal in schwarz für die andere Seite. Und da kapiere selbst ich nachher, wo welches Bein hingehört. Also, schaut mal rein bei Revolution Race auf die Seite. Und ja, ich sage danke nach Schweden. Hinter mir Albanien. Und jetzt werden wir gleich mal Sonja wecken. Moin. Ein Foto hat sie gemacht. Und? In aller Foto. War eine sehr ruhige Überfahrt, ne? Naja, also es war schon holprig, aber... Was? Wir hatten beide genug getrunken, als dass es uns nicht gestört hat. Also, statistisch gesehen, ich habe es heute Morgen schon gesagt, immer wenn ich betrunken bin, sind in der Regel Schweizer daran beteiligt. War gestern auch nicht anders. So auch gestern Abend. Ganz seltsam. Aber nee, war eine ganz ruhige Überfahrt. Jetzt gibt es noch ein bisschen Frühstück. Und dann laufen wir gleich auch schon den Igomenitzer ein. Und da müssen wir uns mal überlegen, was wir machen, ne? Genau. Da kommt er. Der ist schuld. Der war schuld gestern Abend. Morgen. Morgen. So, wir haben Igumenica erreicht, Zeit jetzt Abschied zu nehmen vom Schiff und von den beiden hier. Wo ist er? Da ist er. Danke für einen schönen Abend. Ja, war schön euch kennenzulernen. Wir treffen uns vielleicht in Deutschland nochmal wieder, aber auf jeden Fall in der Schweiz. Also ich kann hier gut Tetris spielen, aber habt ihr mal rückwärts versucht, Tetris wieder aufzulösen? Boah, hier müssen LKWs rückwärts die Rampe runter, Bullis rückwärts, dann wieder der Anhänger vorwärts. Ich würde euch das gern zeigen, aber das ist Wahnsinn. Ja, fahren wir mal hinter Silvio und Claudio. Ja, Claudio Silvio, jetzt sind wir zu viele Namen, zu viele O's. Hinter den beiden Schweizern, so geht's besser. Da fahren wir dann immer die Rampe runter. Ja, kann man natürlich als Reisender nicht ahnen, dass man hier nochmal kontrolliert wird. Ja, wirklich Reise, ja. Also wie viele da vor uns nicht vorbereitet sind und dann... Und ihre Unterlagen suchen müssen oder auch links neben uns gerade. Der fing ja auch erst an zu wühlen, als man hier in allen geht. Also wir waren jetzt in zehn Sekunden durch. Also ich hab sie lieber griffbereit und steck sie weg, weil mich keiner kontrolliert. Wie umgekehrt, anfangen zu suchen, weil mich einer kontrolliert. Also ihr braucht Personalausweis, das PLF, wobei wie gesagt, das habe ich in dem Video ja schon gesagt, gibt es nicht mehr als E-Mail bzw. nachts aufs Handy, sondern vorher schon als Ausdruck. Und den Impfnachweis, der musste schon lachen, weil wir wirklich alles zack, fertig. Kann ich nicht haben so was. Natürlich Landsleute, die dann anfangen zu diskutieren. Da schäme ich mich dann wirklich für meine Landsleute. So, jetzt geht's Richtung Iwanina bei 22 Grad. Wird schon.